Mr. Freakko Ich glaube, das mache ich später auch noch, also nachdem ich dann den Story-Modus abgeschlossen habe. Ne, aber erstmal machen wir jetzt hier weiter. Bogen habe ich anscheinend auch wieder am Start hier. Also weiter geht's hier. Spiel starten. Das ist der Mann, der hat die Base. Wer ist hier? Wer ist hier? Du sagst mir, jetzt oder später. Der einzige Unterschied ist, wie viel Fein du hast. Du schuldige Kaube in den Amerikanern. Du wirst den gleichen Weg wie diese Base. Okay. Wir sind im Stimmlager hier angekommen. Jetzt geht's wieder los weiter. Jetzt geht's ab, Leute. Schlitzen wir wieder alle auf hier. Oh ja. Das ist wieder schön blutig. Ich muss noch mal kurz einen Kontrollblick machen, wo jetzt X und wo B ist. Ich verwechsel das immer. Weiß ich auch nicht wieso. Vielleicht spiele ich zu selten. Keine Ahnung. Oha. Alle unter 18 jetzt wegschalten, bitte. Alles auf eigene Gefahr hier. Ja. Da ist er. No. Alter, jetzt geht's los, Leute. Auf geht's. Wieder knallharte Action hier. Oh, diese Shotgun bei den Häusern wieder. Ah, scheiße. Ladehemmung. Ah, fuck. Das schon wieder. Ich mach's da alle fertig. Komm raus hier. Komm raus hier. Bis jetzt läuft's ja ganz gut, ne? Ach, da ist noch einer. Grenadier, oha. Noch mal Glück gehabt, wa? Ja, so eine Waffe... Oh, scheiße. So eine Waffe mit viel Munition ist immer gut. Ach du Kacke, was geht bei denen denn? Alter, der hält aber viel aus, du. Yo, da sind wir doch. Komm, schneid ihn los. Ja. Jawoll. Haben wir noch. Wow. Shit. Ich muss dir mal etwas überprüfen. So. Ob das Kabel richtig steckt. Jetzt kriegen wir Hilfe, wa? Vom Körnel. So wie's aussieht. Scheiße, Ladehemmung. Nooo. Oh, Granator noch daneben geworfen, wa? Scheiße. Egal, bis jetzt geht's noch. Bis jetzt ist noch alles easy. Scheiße, duck dich. Komm schon. Ah, fuck. Kommandant als erstes. Haha. Oh, Shotgun ist nicht gut. Sparmann, weil diese Ladehemmung, das sind auch nicht gut, ey. Gehen meine Punkte immer flöten, das ist nicht gut. Scheiße. Mit dir. In den Rücken geschossen. Oh, oh. Der wirft doch gleich. Das sah mir schon so aus, ja. Na, na, na. Was war das denn? Oh, oh. Wow. Scheiße. Vielleicht nur eine andere Waffe, oder was? Kann ich nicht mehr? Oh, Mist. Es ist vorbei, Jenny. Gib uns doch nicht mehr. Scheiße. Okay, nochmal. Haha, genau so hatte ich's vor, Leute. Eine Granate. Hauptsache, es kommt jetzt nicht noch irgendwas Böses, wofür ich die Granate hätte besser gebrauchen können. Aber wir werden's sehen. Klar kann ich das fliegen, du... Ist doch easy. Weg hier. Ach du heilige Scheiße. Okay, hier wär die Granate richtig schön gewesen. Aber was soll man machen, ne? Ach du Scheiße. Nein, Granate! Fuck. Ich schieße ja jeden ab. Wir sind auf einen Grenadier, ne? Ist ja wohl scheiße. Da ist ein Fass. Noch besser hier. Ach. Ach. Schön. Schön. Schön Energie wieder geladen hier. Oh, da oben ist eine Granate. Ne, doch nicht. Oi, oi, oi. Banausig, ey. Ach du Scheiße. Nein. Heioi, oi. Nein. Heioi, oi. Komm schon. Ach Mist. Oh, ich wollte schon auf den schießen. Ja, wir sind am Heli. Komm schon. Nein! Fuck! Und das war's. Nein! Wegen des scheißen Nachladens wieder. Es lief so gut und dann das. Mann, ey. Zum Kotzen. Ah, wieder von hier. Na toll. Was ist das? Scheiße. Er will doch gleich wieder werfen. Da hab ich doch schon erkannt. Oh, scheiße. Komm schon mal hin, ey. Scheiße. Kommentar läuft's wieder nicht hier. Habe ich nicht erwischt? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ah, nein! Immer diese scheiß Ladehemmung. Fuck! Schieß! Boah, fuck mal. Ja, toll. Kann das mal nachladen. Komm schon. Ich will noch jemanden abschießen. Verdammt. Meine schöne Energie. Mein Wutmodus. Verdammte Scheiße. Jetzt bin ich natürlich richtig am Arsch wieder, ne? Aber was soll man dazu sagen, Leute? Halt mal wieder alles falsch getimt. Ach, du Scheiße. Kann mich hier gar nicht ducken. Gar nicht in Deckung gehen. Scheiße, Ladehemmung. Nein! Ach, du Scheiße, Mann. Äh, jetzt kann ich den Scheiß nochmal machen. Keine Granaten mehr. Nix. Scheiße. Scheiße. Ja, nur ein Versuch. Mann, das ist doch scheiße. Shit. Scheiße. Komm schon, Lade nach. Scheiße. 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 Du Scheiße. Wutmodus war jetzt aber ganz, ganz dringend. Alter Vater. Komm, jetzt muss ich's... Bloß noch irgendwie überleben. Was ich nicht glaube hier. Der Scheiße. Nein! Nein! Ach, du Kacke. Nein, das wird doch wieder nix. Ich seh's da schon kommen. Scheiße. Okay. Jetzt müssen wir einen geringeren Schwierigkeitsrat nehmen. Das ist ja wieder lächerlich hier. Der erste Versuch lief am besten. Dann, ab da an nur noch Scheiße. Oh, er will wieder werfen. Nicht mit mir. Toll. Er kann mich schön abschießen. Ist das wieder mies. Jawohl, wir haben schön Energie gesammelt. Sehr gut. Das gefällt mir. Jetzt ist es das richtige Timing gewesen. So war ist es gut. Natürlich jetzt erst beim geringeren Schwierigkeitsrat. Toll, ey. Nein, ich kann mich nicht ducken. Scheiße. Was ist denn das? Oh oh. Nicht gut. Scheiße, wie viel sind denn da oben, Alter? Übel. Was geht denn da ab? Crazy. So, jetzt rein da. Jetzt geht die Action erst richtig ab hier. Heli-Bashing kennen wir ja schon. Und das gefällt mir auch. Sehr, sehr gut, Leute. Wenn ich mal jemanden treffen würde. War denn hier nochmal Raketen abschießen? Keine Ahnung. Wir schießen erstmal so richtig saftig hier so ein bisschen. Oh, Leute. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Schalalalala. Das macht Spaß. Oh, ja. Wir zerfetzen das ganze Lager. Schalalalala. Oh, ja. Oh, ja. Das ist schön. Das macht Spaß. Haha. Einfach nur drauf hier alles. Wir wollen natürlich... ...es schaffen hier. Oh, scheiße. Komm schon. Hallo, ich hab doch voll drauf gezielt. Das ist auch sehr scheiße. Ah, Raketen kann ich doch abschießen. Guck mal. Was sagt mir das doch, Leute? Oh. Scheiße. Oh, was ist das? Scheiße. Wir stürzen ab, oder was? Sieht tatsächlich so aus, wenn wir abstürzen. Nein. Puh, Leute. Mann, war das schon wieder Herty Merti hier? Natürlich wieder voll abgekackt. Sozusagen. Wir mussten sogar einen geringeren Schwierigkeitsrat wieder weiterspielen. Weil einfach immer das richtige Timing fehlt. Ja, wir hätten 800.000 Punkte gebraucht. Was haben wir gemacht? 132.000. Das ist doch richtig lächerlich. Noch nicht mal ein Fertigkeitenpunkt am Start. Das ist richtig räudig, ey. Was? Verfügbare Boni? Verfügbare Boni 2? Was ist das denn? Oh, lol. Das hat... Nur lustig. Flinker Finger. Kein QTE schlägt fehl. Ja, toll. Wie geil ist das denn? Haben wir ja noch gar nicht gesehen hier. Ich dachte, wir hätten das automatisch, aber wir müssen das hier auch noch verteilen. Ist ja räudig, Leute. QTE ist das dieses... Das ist, denke ich mal, dieses Nachladen, oder? Dann wäre das doch ganz gut, wenn wir das haben. Auf jeden Fall. Was machen wir noch? Kugelzeiter das Nachladen ist um 25% langsamer. Achso. So, Entdeckung. Ein Nachladen. Entdeckung bringt um 50%... Äh, mehr Munition. Kills bringen Wut mit mehr Leben. Was haben wir dann noch? Kopftreffer bringen 5% Gesundheit ein. Naja. Ja. Erfahrung nimmt um 10% schneller zu. Erfahrung? Joa, auch geil, ne? Voll auf 180 Wut nimmt um 5% schneller zu. Auch nicht schlecht. Weniger wackelnde Kamera, wenn Schaden genommen wird. Hm. Habe ich noch nicht so festgestellt. Rambo bewegt sich um 15% schneller in die Deckung und aus der Deckung raus. Okay, das ist eigentlich schon heftig. 15% mehr Munition. Na gut, das nehmen wir mal. Scheiß drauf. So, okay. Okay, okay. Ja, speichern. Toll, ey. Jetzt erst gepeilt, wo das Spiel fast zu Ende ist. Okay, Leute. War's das wieder mit der Folge. Tatsächlich wieder ruckzuck rum hier. Also würde ich sagen, bis zur nächsten Folge hier bei Rambo's Video Game mit eurem Mr. Freakko. Haut rein. Bis dann. Ciao.